So, herzlich willkommen bei Reden bis die Pizza kommt, heute im Menüformat. Diesmal werden wir uns aber keine Pizza bestellen, sondern eine selbst machen. Bei mir sind heute Milan und Felix, beide Vorsitzende vom Stupa der Uni Bayreuth. Erstmal schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Danke schön. Sehr gerne. Unser Prinzip ist heute, wir werden uns drei Pizzen belegen, währenddessen ein paar Fragen beantworten und sobald die dritte Pizza fertig ist, hören wir auf zu reden und werden unsere Pizza genießen. Wir haben hier unseren Pizzaofen, wie ihr seht, und das leitet uns schon mal auf jeden Fall zu den Themen über Energie und Energiekosten an der Uni. Und wir können schon mal anfangen, unsere Pizza ein bisschen zu belegen. Wir haben hier reichlich Sachen da und währenddessen die erste Frage, inwiefern kann denn das Stupa beim Thema Energie überhaupt mitreden? Na ja, also da gibt es ein paar Möglichkeiten. Die etwas abstrakteren sind Senat und Hochschulrat. Das sind relativ hoch gesetzte Gremien in der Universität, wo ein paar studentische VertreterInnen gemeinsam mit Professoren und Dekanen und ähnlichen Leuten über die großen Rahmenbedingungen mitreden. Da können wir auf hoher Ebene, also was Finanzsachen angeht, ein bisschen unsere Ideen mit einfließen lassen. Aber der große Ort, wo wir natürlich gestalten können, ist im Studierendenparlament selbst, wo wir beispielsweise Anträge zu Energiesparmaßnahmen einbringen können, dann dementsprechend verabschieden können und wir dann diese Anträge zum Beispiel der Hochschulleitung entgegenbringen. Zurzeit hatten wir als Beispiel die Idee, dass wir etwas an der Beleuchtung am Campus ändern, mehr Bewegungsmelder einführen und so können wir dann im kleinen Rahmen auch mitgestalten und möglichst etwas für eine auch nachhaltige Energiewende, aber natürlich auch kurzfristige Energiekostensenkung tun. Über wie viel Geld reden wir denn? Also wie viel Mehrkosten hat denn die Uni aktuell oder auch wirklich? Kann dir dazu was sagen? Also mit genauen Kosten hält sich die Uni noch ein bisschen zurück, vor allem weil es auch noch nicht so hoch gerechnet ist. Es sind oft auch nicht so greifbare Zahlen, aber jetzt als Beispiel. Im zweiten und dritten Quartal des Jahres waren die Kosten für, also die Mehrkosten allein im Gegensatz zum letzten Jahr von Energiekosten über dem Bibliotheksetat. Also die Uni musste mehr Geld für Energie ausgeben, mehr sozusagen ausgeben als letztes Jahr, als wir überhaupt für unsere Bibliotheken, Bücher etc. zur Verfügung stehen haben. Und da merkt man wie einschneidend das ist für den Alltag im Studium. Und man kann nicht sagen wie viel Etat für die Bibliothek zur Verfügung ist? Das sind 2,1 Millionen Euro. Und das wurde überschritten durch die Mehrkosten alleine, die die Uni... An Heizkosten zu zweit hat. Alleine an Heizkosten. Und kann man sagen, ob noch weiter oder kommen noch weitere Kosten dazu außer Heizkosten? Weil sind das die einzigen Maßnahmen aktuell? Also allgemein versuchen wir natürlich an der Uni Energie zu sparen, wo es geht. Also auch jedes ausgeschaltete Licht, das in der Nacht ansonsten brennen würde, bringt natürlich was, weil auch Strom wird teurer. Jede Form von Energie wird ja momentan teurer. Deshalb spart man Energie, wo es geht. Natürlich nicht nur Heizkosten, sondern auch Strom, Gas, allgemein sämtliche Formen. Mhm. Eben, ihr habt es gesagt, Temperatur zum Beispiel auf 19 Grad ist ja ein Ziel, Licht früh aus. Heißt es dann im Umkehrschluss, dass die Uni, weil es sind ja ziemlich banale Maßnahmen, dass die Uni vorher schon ein bisschen Geld verschwendet hat? Verschwendet nicht. Ich meine, diese banalen Maßnahmen, so banal sie auch klingen möchten, bringen natürlich auch irgendwie eine Form von Einschränkung mit sich. Natürlich, wenn man im Hörsaal mit der Temperatur runtergeht. Bei 19 Grad ist es natürlich nicht so angenehm im Hörsaal, wie bei 21 Grad. Es sind alles Komfortsachen, die ich würde mal nicht sagen verschwendet, sondern es wurde eben in den Komfort der Studierenden und der MitarbeiterInnen investiert, dass man sich eben ja ein bisschen mehr wohl gefühlt hat und nicht verschwendet. Und jetzt muss man halt an diesen Stellen, die halt wirklich keinen objektiven Sachnutzen haben, wie jetzt zum Beispiel allgemein, dass man die Lehre aufrecht erhält, wäre ja auch eine mögliche Energiesparmaßnahme, dass man sagt, okay, man spart sich die ganzen Kosten für Heizen des Hörsaals, für Stromkosten, für Beamer, Mikrofonanlagen und so weiter komplett ein und schickt komplett nach Hause. Aber das wären ja Sachen, die wirklich einschneiden würden. Und deshalb fängt man als erstes eben bei so reinen Komfortsachen, wie zum Beispiel Temperaturen in den Hörsälen an. Okay. Also genau, wie ihr es gesehen habt, ich habe jetzt erstmal schon mal meine Pizza rein. Ich lasse mal den Timer aus, weil er ein bisschen nervig ist. Also als Großes kann man sagen, die Universität hat die Zielvorgabe, 15 Prozent an Energie einzusparen. Sind wir noch lange nicht im realistischen Bereich. Wo ist sie mir dann gerade? Kann man auch nicht sagen. Also die Stromrechnung gibt es immer am Ende, aber ich glaube, es ist so um die zehn Prozent vielleicht. Aber würde man alleine, was Heizkosten angeht, Sachen vermeiden, die man nicht braucht, also was falsch lüften, falsch heizen, Licht anlassen, obwohl man es nicht braucht, dann könnten wir schon allein, ohne wirklich Komfort zu verlieren, fünf Prozent an Heizkosten senken. Darum sehen wir uns als Studierendenparlament natürlich auch dann in der Verantwortung möglichst allen zu sagen, allen Studierenden zu sagen, wie sie am besten Energie sparen können. Da verweisen wir jetzt auch mal ganz gerne auf die Website. Da könnt ihr Energiesparmaßnahmen sehen, was man an der Universität so machen kann. Es sind ja auch so Sachen wie Labore und im IT extrem viele Einsparmöglichkeiten. Und da muss dann am besten jeder mithelfen, damit wir nicht noch weiter frieren müssen. Ich würde mich gleich mal vordringen. Natürlich. Das sieht doch gut aus. Sieht doch fein aus. Ich habe gehört, es gibt eine Energietaskforce. Was kann man sich darunter vorstellen? Genau. Die Energietaskforce ist ein Zusammenschluss, jetzt so semi-offiziell, von möglichst vielen Leuten, die sich auskennen. Also Lehrstühlen, die zum Beispiel mit Energiethemen sich befassen, die die Stromnetze innerhalb der Universität kennen, wie man da Sachen einsparen kann. Natürlich dann auch Leute, die sich da mit rechtlichen Sachen auskennen und auch zwei Studierenden, die da mitwirken. Und die sind gerade dabei, einen Plan zu entwickeln, möglichst einen Stufenplan, wie genau mit was für Situationen umgegangen werden soll. Genaue Sachen sind dazu noch nicht offiziell beschlossen. Aber es fängt halt unten an mit, wo können wir ein bisschen die Raumtemperatur kälter machen. Gerade ist es ja zum Beispiel so, dass Treppenhäuser gar nicht mehr geheizt werden. Und das Ende könnte dann sein, sozusagen der Worst Case. Was wäre, wenn Bayern weiter Blackout kommt? Was unwahrscheinlich ist, aber trotzdem möglich ist. Und als Universität stehen wir dann halt schon vor Problemen mit manchen wissenschaftlichen Gerätschaften, die auf unter 100 Grad minus gekühlt werden müssen, die kaputt gehen würden. Oder auch natürlich irgendwelche biologischen Versuche, die entweder kaputt gehen würden oder gar ungekühlte Gefahr für die Bevölkerung darstellen würden. Da muss geschaut werden, wie kann man das alles unter den Hut bringen. Aber als Universität, wir haben auf jeden Fall auch Notstromgeneratoren. Also irgendwie werden wir das hinbekommen. Okay, genau. Der Sechs-Stufen-Plan. Kann man denn grob sagen, welche Stufen es gibt? Die genauen Stufen sind, wie Milan schon gerade so anklingen hat, lassen eben noch nicht beschlossen. Momentan sind wir aber überhaupt noch gar nicht in diesen Stufen auch so richtig drin. Die Stufen verstehen sie eher so als Notfallplan. Momentan sind wir eher so im Stadium Energie einsparen und suchen eben Möglichkeiten einfach nur Energie einzusparen. Und da werden jetzt auch weitere Maßnahmen kommen die nächsten Wochen, weil eben die bisherigen wie Temperatur reduzieren und so noch nicht allgemein so Wirkung gezeigt haben. Da hat man sich neue Sachen auch ausgedacht, wo es eben noch Potenziale gibt, wo eben auch dann alle Beteiligten von der Universität mit eingeschlossen wurden. Wer da irgendwelches Verbesserungspotenzial sieht, kann sich auch jederzeit an die Hochschulleitung und auch an das Unser, an das Stupa natürlich wenden. Beispiel für die Maßnahme ist jetzt zum Beispiel die Bibliotheksöffnungszeit in den Teilbibliotheken, ausgenommen in RW, die jetzt in den Abendstunden weiter reduziert wird, weil da natürlich eine riesige Fläche ist, die dann auch beheizt werden muss. Und gerade abends, wenn es kälter wird, natürlich auch ein normaler Heizkostenaufwand zum Beispiel da ist. Man merkt auf jeden Fall als Studierender, wird man aber noch ein bisschen mehr merken? Also gibt es zum Beispiel, wird die Mensa teurer? Gibt es irgendwie generelle Preissteigerungen? Also wird man mehr merken außer diese Temperatursenkungen als Studierender? Also die Preissteigerungen im Energiesektor sind natürlich eine Sache. Aber auch allgemein haben wir draußen in der Welt, das geht glaube ich an niemanden vorbei, dass alles irgendwie teurer wird. Und leider ist auch die Universität nicht ganz davon verschont. Die Mensa hat in dem Fall das große Glück, dass die Heizkosten, dass die Energiekosten für die Mensa nicht von der Mensa und dem Studentenwerk getragen werden, sondern die werden getragen von der Universität selbst. Da gibt es eine Vereinbarung. Das heißt, diese Energiepreisthematik sollte sich jetzt nicht direkt auf die Essenspreise auswirken. Aber allgemein, auch Lebensmittel werden teurer. Die Preise wurden jetzt in der Vergangenheit schon mal zweimal leicht angehoben in den Mensen. Ob weitere Preissteigerungen kommen, ist aktuell noch nichts bekannt. Was aber teurer wird, was schon bekannt ist, ist der Semesterbeitrag für den Studierendenwerksanteil für das Studentenwerk Oberfranken. Die müssen auch auf ihre Kosten kommen, haben in den letzten Jahren große Defizite gefahren. Um diese Defizite zu decken und die weiteren, die kommen werden, mit Mindestlohnerhöhung, haben die natürlich auch immer weiter steigendere Kosten für ihre Angestellten alleine schon. Und deswegen wird der Semesterbeitrag für das Studentenwerk eben leicht angehoben werden. Kann man da schon sagen, was leicht angehoben bedeutet? 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro? Kann man da schon irgendeine Zahl nennen? Also gerade im Raum steht wahrscheinlich an die 20 Euro, also von ungefähr 50 auf 70 Euro. Was man noch dazu sagen muss, ist, dass wir damit immer noch sehr moderate Preise haben. Also wenn man uns jetzt mit anderen Universitäten vergleicht, haben wir wahrscheinlich zum einen natürlich dann auch nicht entsprechend so viel Angebot wie die anderen. Aber wir sind immer noch in einem sehr niedrigen Bereich. Genauso beim Semesterticket. Da müssen wir dann bald auch relativ wenig zahlen, wenn man uns jetzt mit allen Universitäten vergleicht. Ich sehe gerade, passt dir deine Pizza so? Ich glaube, vorne ist sie noch ein bisschen nicht durch, aber ich glaube, das ist der Form der Pizza. Entschuldige. Das kriegt man hin, das kriegt man. Alles klar, dann versuchen wir die mal. Ich zeige sie einfach mal so rüber, schiege das. Perfekt. Und dann würde ich einfach mal deine nehmen. Unterstütze wieder nach bestem Wissen und Gewissen. Es kommen eher auf die inneren Werte an und nicht wie die Pizza ausschaut. Das stimmt. Ich verstehe gar nicht, was ihr gegen andere das habt. Ja, manchmal mag ich auch so eine Pizza Hawaii, muss ich sagen. Ist schon was seines. Ich habe es generell nicht so mit anderen, als ich mag, für die Gummibärchen nicht. Auf jeden Fall jetzt die nächste Frage, die erstmal letzte Frage. Ihr studiertet selber an der Uni. Was ist eure eigene Meinung dazu? Jetzt mal abgesehen vom Stupa. Meine ganz persönliche Meinung ist erstmal, es ist schön, dass wieder Leben am Campus ist nach Corona. Man hat es gemerkt, dieses Wintersemester ist als volles Präsenzsemester gestartet. Überall sind Studierende, wie so viel man schon lange nicht mehr am Campus gesehen hat. Und das Wichtigste ist tatsächlich, auch wenn die Energiekosten steigen, genau das beizubehalten. Wir sind eine Präsenzuniversität und wir sollten alles eben dafür geben, dass wir nicht wieder zu Hause auf eine Art Homeschooling oder Home-Universität gehen, sondern eben schauen alles, auch wenn die Temperatur sinkt in den Hörsaalen, auch wenn es kälter wird. Ich glaube, es ist immer noch schöner, in einem kalten Hörsaal zu sitzen, als eben in einem warmen Zuhause, aber alleine. Das heißt, du sagst lieber zählen und zusammenbeißen, gemeinsam flieren, sag ich mal, aber dafür zusammen im Hörsaal sitzen? Auf jeden Fall. Wie siehst du das? Also den ganzen warmen Worten kann ich mich natürlich anschließen. Super cool, dass wir jetzt wieder Präsenzsemester haben. Ich sehe tatsächlich ein relativ großes Problem, was die ganze Finanzierung angeht, dass der Freistaater wirklich die Universitäten und auch Hochschulen alleine lässt. Inwiefern? Indem man nicht Finanzspritzen gibt. Also die Universitäten müssen die Mehrkosten aus ihren normalen Haushalten bezahlen und es gibt keine irgendwie Auffangmaßnahmen, keine extra frei gemachten Mittel, wie die Universität diese Mehrkosten schultern kann. Und daraus resultiert ja entweder man friert oder man geht nach Hause und heizt selber. Und eigentlich müsste ja für Bayern das Ziel sein, möglichst wenig Gas zu verbrauchen. Aber was passiert, wenn die Uni zu kalt ist? Die Leute gehen heim, da heizen sozial unverträglich auf ihre eigene Tasche. Und was ist denn klüger, wenn man jetzt die Uni heizt oder 13.000 Privatwohnungen hat? Alles klar. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Perfekt. Dann erreiche ich dir einmal deine Pizza. Dankeschön, jetzt darfst du keinen Absturz erleiden. Dann sind wir auch schon mal am Ende. Das war's mit unserem Mini-Format. Wir reden bis die Pizza kommt. Die Pizza ist da. Die Pizza ist da. Ich finde die sehen gut aus. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und dann würde ich sagen, guten Appetit und wir lassen es uns schmecken. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Guten Appetit. Bei mir ist es so, ich mag Mais auf Pizzen nicht. Okay. Da habe ich tatsächlich was persönlich dagegen, weil der fällt immer runter. Und da muss man den am Ende so runterklauben. Das ist nicht so meins. Ja. Oliven bin ich aber ein extrem großer Fan. Ich kaufe mir da gerne auch mal so ein halbes Kilo.